Diese zu veräußernde Sechszimmer-Doppelhaushälfte steht in Solingen-Oligs auf der Höhe Meerscheid. 1900 wurde dieses Objekt erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 656 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 115 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 235.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal.